Hallo Leute, willkommen zu diesem Video. Mal wieder ein Let's Play nach langer Zeit. Und ja, wir spielen jetzt Pou. Ich habe Pou schon auf meinem anderen Handy gespielt. Und ja, jetzt werden wir Pou aufnehmen. Jetzt werde ich mal Pou aufnehmen. Und werde jedes Mal, wenn ich Pou spiele, auch eine Folge aufnehmen. Und ja, das wird auch nicht mehr. Leut, Pou auch dann nicht. Ich mag ehrlich gesagt das hier am meisten. Ich habe Pou. Das mag ich ja auch, übrigens. Das mag ich ja auch, übrigens. Oh, Level 2! Weiche 200 Meter am Cliff Trump. Was zocken wir jetzt? Das mag ich ja. Food Trump ist cool. Ein Schuh essen. Food Trump. 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 Puuuuh! Trottel! Oh! Nein! Digga, das ist eine Kacke! Oh! Mee... Mee... uh-uh-uh, hey! Meow! Oh, Unfall. Oh, dieses Auto geht mir so auf den Sack, Mann. Was ist das für eine Scheiße? Als ob es, ob ich das überlebt habe. Oh Mann, dieses Auto ist doch behindert. Alter, jetzt gebe ich mal so viel Gas, wie es nur geht. Oh! 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 So... Nö! Nö! Opus, dick! Skate room! Oh, Poops! Poops? Poodoo Poops? Nein! Was ist das Problem wegen der Musik? Das ist überhaupt keine Musik von mir. Fuck this shit, I'm out! 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 Hä? Ich versteh das nicht! Oh, Poops! Oh, Poops! Vollpfosten! Ah! Quack! 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 na gut okay das ist für diese folge dann